Wirbelfeel. Erstmal noch einen Schluck trinken, bevor es zwischen dem Quatsch machen muss. Oh, Kamera läuft ja. Das ist mir jetzt peinlich. Bitte lass es kein Fluglevel sein, aber eigentlich ist das untypisch 2 Fluglevel. Der landet, er landet. Jetzt habe ich wieder so einen kleinen Zwischenboss bei Wirbelfeel. 45 Tragen haben wir schon, nicht schlecht. Die Musik ist wieder cool. das ist ja eigentlich doch schon immer alles ne gehe ich von aus da liegt noch einer und da liegt wauw wauw kannst du mir einen Tipp geben wie ich besiege ach ich muss Schwerersberg machen Lul Ist weg Ja, aber wohin? Ach Wow, 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 wow Ist ja okay Jetzt haben wir erstmal die Wälen ein So Ich weiß nicht, was passiert ist Leck Wie mir riecht auch ein Tricks Wow, wow Hi Wow, wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Bist du so lange eigentlich gesteinert worden? Kannst du noch ein Stück warten? Bist du denn überhaupt? Alter, ihr Alter, er Oder alt er Danke, dass du mich befreit hast, Miro Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich im Kristall gesteckt habe Und ich auch nicht Wer bist du nochmal? Ähm, ich bin dann mal weg Ich hab gerade einen lockeren Faden währenddessen an meinem T-Shirt gefunden Auf jeden Fall wirkt der alte mir nicht ganz normal Wow, 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 wow Wow Wir sind mal hier, wo wir gerade landen wollen Ja, hallo Da geht es weiter zu Das ist wieder so ein kleiner Boss Ist vollkommen okay Müssen wir am Ende den geilen Orga kaputt machen Hier mit der Keule Die wir im Fernsehen bleidigt haben Und deswegen alles so böse ist, wie es jetzt ist Keiner versteht warum Nein, okay Die Hülle Brauen zwar keinen Strom, aber erzeugen trotzdem welchen Das ist das Vorbild Ich muss dich wenigstens zweimal besiegen Was ein Bossfight Ich kann mich kaum beherrschen Ich höre gerade irgendwas Dummes Was sieht man hier oben? Könnt ihr euch mal entspannen, bis ich da bin? Wow, danke für den Kampf Das war das einfachste Lärmlich von allen Viele Sammler 100% abgeschlossen Yeah I guess 5200 Magische Künstler abgeschlossen Damit auch die gesamte Ebene rein theoretisch abgeschlossen Ist auch eine solide Leistung Heute in einer Stunde 24 und 18 Sekunden Hm Wow Ja, mein Spann Scharf Mal nicht entspannen Danke Und noch ein Scharf Perfekt Ich würde jetzt ganz gern nochmal speichern So, gehen wir mal nach oben, weil ich noch nicht in die nächste Ebene möchte So, die haben wir kurz hier gespeichert Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschö Mit Ö Geile Abschlussbilder, für die die bis zum Schluss durchhalten Meine Mama told me One day I'ma blow up big And I'ma be your king And my papa told me It's okay to sit where shit hurts Don't forget your dreams Cause they'll get you through this So-called life They call living But I call it strange And I bet I'll do it Cause I'm on my way Strong enough that I'll shake the pain Hey, Mr. Sunshine